Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Lange, lange, lange Zeit habe ich ja nichts gemacht. Jetzt fange ich wieder an. Ich möchte wieder wöchentlich was machen. War eine blöde Zeit irgendwie, wo irre viel passiert ist, wo ich auch wirklich wenig Zeit hatte. Und jetzt habe ich wieder Kraft und Muße, was Neues zu machen und wieder schöne Rezepte rauszutun. Ich habe schon so ein bisschen was vorbereitet an neuen Sachen, aber Schluss mit dem Glaber. Wir wollen ja was tun. Ich will heute machen ein Mittelding aus Arma Ritter und Mauernfrühstück. Hört sich irgendwie komisch an, ist aber super lecker. Ich habe da schon so ein bisschen mit rum experimentiert und Bratkartoffeln mögen wir ja alle gerne. Von daher lassen wir es beginnen. Jetzt kommt mein Trailer und dann zeige ich euch, was ich machen will. Jetzt muss ich mir so ein paar Sachen vorbereiten. Dafür brauchen wir eine klein geschnittene, also ein bisschen was an Chili. Wir brauchen ein bisschen Bacon. Wir brauchen eine Zwiebel. Und die Zwiebel werde ich jetzt mal klein schneiden. So, ich habe eine rote Zwiebel hier klein geschnitten. Hier habe ich ein Teil der Chili, die hier eben lag, auch schon mal klein geschnitten. Das brauchen wir gleich für unsere Kartoffeln. Ich habe schon mal einen Topf Kartoffeln gekocht. Das sind nicht so große Kartoffeln, schöne kleine, die ich mir hier gekocht habe. Die werde ich jetzt gleich mit meinem Eierschneider in kleine Scheiben schneiden. Die werde ich dann gleich auf meiner Teppanyaki Platte schön zu Bratkartoffeln machen. Man kann das aber auch mit jeder anderen guten beschichteten Pfanne machen. Ich mache hier jetzt mal so ein bisschen Öl auf meinen Teppanyaki. Der ist natürlich schon heiß. 170 Grad hat der. Und dann hole ich mir mal eben schnell meinen Spachtel. So, jetzt nehme ich mir meinen Eierschneider, schmeiße eine Kartoffel rein. Zapp. Zapp. Das zerteilt sich da gleich. Das mache ich jetzt mit allen Kartoffeln, die ich hier habe. Oder so viel wie ich jetzt brauche. Ich mache hier einen Lärm. Der ist auch für 10. Die Kartoffeln habe ich nur so weit gekocht, als dass sie noch so ein bisschen fest sind. Also nicht matschig oder so. Geht natürlich nicht. Ich glaube, das reicht mir sogar gleich schon. Ich glaube, es gibt die nächsten Tage bei mir immer Bratkartoffeln. Auch geil. So, meine Kartoffeln fangen jetzt langsam an, hier schön braun zu werden. Ich glaube, ich tue da jetzt schon mal meine Zwiebeln mit zu. Ich habe noch so ein bisschen Bacon hier. Der langsam aber sicher bei mir auch alt wird im Kühlschrank. Den tue ich hier mal kurz so ein bisschen was mit rein. Machen wir morgen wieder einen Burger. Da benutze ich dann den Rest davon. Wir wollen ja so maximal auch Geschmack haben. Und so ein bisschen Bacon ist da mit Sicherheit ganz zuträglich. Ab demnächst steht auch eine Kamera hier hinten. Dann kann man das auch noch besser sehen, was ich hier mache. Jetzt kommt da auch noch wieder ein bisschen was an von dem Chili da dran, damit das so ein bisschen pikant wird. Das lassen wir jetzt mal alles so ein bisschen anbraten hier. Und dann können wir das gleich hier auf meinem Feld nach hinten tun. Und dann geht das im Grunde auch schon gleich los, dass wir uns das Weißbrot fertig machen. So, ich habe hier eine Schale. Da tue ich jetzt ein Ei rein. In dem Rezept habe ich zwei stehen. Das ist klar, weil ich bin aber ja auch alleine. Ich mache jetzt nur ein Toast mir. Dann tue ich da ein bisschen was an Milch hinein. Und dann brauchen wir ein bisschen Pfeffer und Salz. Das gleiche natürlich auch gleich bei unseren Bratkartoffeln. So, dann schlagen wir das mal eben hier auf. Ich habe hier vorne schon zwei Scheiben Toast liegen. Die werden da gleich drin gewendet. Und dann kommen die zu unseren Bratkartoffeln mit in meine Teppanyaki. Meine Bratkartoffeln sind schon nach da hinten gewandert. Hier an der Seite habe ich jetzt mir mein Brot und das Ei getan. Das wird jetzt von beiden Seiten schön kräftig hier in mein Ei gewälzt. Und dann nehme ich das hier gleich raus und lege es hier schön auf meine Platte. Also wie gesagt, das geht auch alles in der Pfanne. Ich bin nur halt so ein fauler Sack, dass ich sowas natürlich auch gerne dann hier auf dem Teppanyaki Feld mache. Weil es ja doch einfach gut geht. Aber wie gesagt, es geht auch alles in der Pfanne. Weiter geht's. So, weiter geht's. Ich habe mir noch ein bisschen Krause Petersilie fertig gemacht. Die mache ich jetzt hier mal so ein bisschen drüber und mische die hier noch so ein bisschen rein. Das sieht schon mal richtig cool aus. Lecker. Mir brennt der Mund, weil ich mal wieder dumm war. Ein bisschen Pfeffer und Salz machen wir noch an die Kartoffeln. Ich habe mir Cornichons gekauft. Anstatt großer Gurken finde ich immer ein bisschen leckerer. Aber blöderweise habe ich mir Cornichons gekauft mit Chili. So, jetzt gibt es da ein bisschen Chili Geschmack oben drauf. Das ist natürlich ein bisschen fies. Aber egal. So, jetzt kommt mein kleiner Heck, den ich hier mir ausgedacht habe und überlegt habe. Ich drehe die eine Scheibe um. Dann nehme ich mir ein bisschen Schinken und tue den so da drauf. So, es meckert natürlich gleich mein Feld wieder ein bisschen rum. Wie immer. So, das ist ja nicht so schlimm. Dann tue ich unten, Ruhe. Hier wird nicht rum gemeckert. So. Unten die Gurke drauf. Wenn ihr große Gurke habt, sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt mal eine kleine Cornichons genommen. So. Dann nehmen wir uns was von der Kartoffel und tun die hier oben rein. Oh, sieht das geil aus. Richtig lecker. Los, komm hier hoch. Du kommst hier auch noch rein. Dann nehmen wir uns hier den Schinken. Klappen den zu. So, das kommt jetzt davon. Dann klappen wir uns den zu. Den hier rüber. Und den hier rüber. Und damit ist das Ganze so ein bisschen verpackt. Und fällt uns nicht so auseinander. Jetzt nehmen wir den. Der ist von der einen Seite schon schön braun. Und klappen den mit der braunen Seite hier oben drauf. Richtig gut. So. So lassen wir das jetzt von der Unterseite. Die sieht genauso aus wie die. Das lassen wir jetzt drei, vier Minuten so ziehen. Und dann drehen wir das Ganze gleich um. So. Wir drehen den jetzt einfach einmal um. Einmal den da drunter. Den da drauf. Schwupp, schwupp. Das sieht doch richtig gut aus. Jetzt lassen wir das Ganze nochmal zwei, drei Minuten so ziehen, wie wir das eben auch gemacht haben. Und dann ist das Ganze fertig. So, jetzt ist das Ganze hier nochmal drei, vier Minuten gezogen. Ich tue das mir jetzt hier mal auf mein Brett. Und dann werde ich es jetzt hier diagonal durchschneiden. Und dann zeige ich euch gleich mal, wie genial das von innen aussieht. Ist das nicht genial? Ich finde, das sieht richtig, richtig lecker aus. Ihr habt gesehen, es ist ultra einfach zu machen. Und macht es doch nach. Ich habe unten wieder in die Description Box einen Link gemacht zur Einkaufsliste. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Euer Frank. Ich hoffe, dir hat mein kleines Video gefallen. Ich finde das Rezept ultra lecker. Ist mal ein bisschen was anderes. Diese Bratkartoffeln im Mund. Boah, der Hammer. Das hat mir echt Spaß gemacht. Sollte dir mein Video gefallen haben, gib mir einen Daumen. Abonniere mich gerne. Wir haben noch ganz, ganz, ganz viele Videos, die hier vorgedreht worden sind. Die könnt ihr euch alle noch angucken. Da gibt es auch noch andere Varianten zum Armenritter. Und ja, es kommt demnächst. Ich versuche jetzt wieder wöchentlich rauszukommen. Demnächst kommt wieder das nächste tolle, schöne Video. Ich habe da schon wieder zwei, drei so im Sinn, die ich auch gerne machen will. Ich habe noch ein Video. Da ist meine Mutter auch mit dabei. Da zeigt die, wie man super tolle Knödel macht. Das werde ich auch noch demnächst raus tun. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und es sagt Tschüss, der Footblog Hamburg. Tschüss. Ich freue mich. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.